Hallo und herzlich willkommen zurück bei Da Duba Delaido Ja, ich darf heute wieder Killer sein. Es ist zig Jahre her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe als Killer. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Wir haben alle noch ewig gespielt. Wir haben alle noch ewig gespielt, ne? Das ist echt immer ein Problem, dass wir so lange Pausen machen, ne? Und dann hinterher zum Wissen, dann... Ich hab letztes Mal einen Generator auf so massiv verkackt und das ärgert mich und ich wäre gerne immer noch in die Game. Es war wieder nicht dein Tag. Es war nicht dein Tag. Es war wie jedes Mal, wenn wir aufnehmen, weil es immer zwei Wochen Pause sind, dann ist es nicht dein Game, weißt du? Dann ist es nie der Tag. Da ist dein Game ziemlich low am Bienen, weißt du? So low am Bienen. Gleich sind wir aber alle wieder tot, weißt du? Ach Quatsch. Ach Quatsch, hey, Colvin Farm. Die waren ja schon lange nicht mehr. Die fauligen Felder. Tobi! Warum gibt es die neuen Maps nicht öfter? Warum? Ich hab auch in meiner Hose faulige Felder, Mann. Ja, ja, das weiß ich. Aber die sind ja fast ausrasiert. Der Tobi rasiert sich ja Hakenkreuz ins Schamhaar. Der Tobi rasiert sich ja Hakenkreuz ins Schamhaar. What the fuck? Erst gefällt mir nicht, was du hier machst. Du musst man sogar echt mal aufpassen wieder. Leute, ich bin, ich bin gefangen. Das kann doch nicht. Was ist denn los? Das kann doch nicht. Was ist denn los? Betten, dass der Perk hat, dass ich sterbe? Der Perk hat sich nicht umgedreht. Das Perk hat sich nicht umgedreht. Das heißt, oh Gott, scheiße. Es sind keine Generatoren, was soll das? Hau ab! Boah! Ey, das kann ich nicht mehr so. Hallo, Micky. Der Gofi-Killer, Alter. Ey, was hast du da? Was hast du als Dings? Du hast da irgendwas. Was? Wieso? Als Perk. Wieso? Oh, ist ne Kiste. Jaja, du hast da irgendwas. Was hab ich denn als Perk? Irgendwas leuchtet da bei mir auf. Irgendwas bringt das. Tu nicht so unwissend. Hä? Ich weiß es nicht. Sag's mir. Ich hab das Spider-Man-Perk. Das ist so ein Dreckiger. Ich kann Netze aus meinem Penis schießen. Was? 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 Ich hab keine Ahnung, was ich bin. Sein Ernst? Sein Ernst? Was? Was ist deine Superkraft? Ich hab nichts auf meinem Penis. Oh mein Gott. Alter. Warum Pan? Äh, Curry-Mann. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Was? Warum? Was ist da los? Curry, was ist da los? Okay, pass auf. Ich weiß nicht, was wir machen. Nein, 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 nein. Ich hab noch Bock. Lass mich. Ah, na gut dann. Ja, gut dann geh ich wieder. Challenge-Time! Also irgendwo ist ja die Pan in der Nähe. Das weiß ich ja auch. Ne, das war der Movie, der mit dabei. Ne, die ist so still. Das merkt man so schnell. Vielleicht konzentriere ich mich, weil ich hier die Aktion machen muss. Vielleicht konzentriere ich mich, weil ich der Bernd bin. Boah, aber was? Was? Ja, siehst du, das war ich. Das war Tobi. Tobi ist der einzige der Generatoren machte in dieser Runde. Das weiß ich doch immer. Ah. Ich find keine. Ja, weil du gerade einen gemacht hast. Was? Ihr denkt wohl auch, ihr habt hier einen Lappen vor euch, wa? Aber nur weil ihr damit Recht habt, gebt euch das nicht das Recht damit anzugeben. So. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Guck mal, wie konzentriert die Pan wieder am Heilen ist gerade. Was? Klar. Da komm ich mal vorbei. Was? Boah, Alter, wir kommen richtig gut voran, ne? Tobi, aber gut gemacht. Hey, Curry. Noch ist das Ganze nicht vorbei hier, ja? Tobi. Ach, nur weil ich einen Curry mit Glück erwischt habe? Zweimal. Ja, aber das war ja beides Mal Glück. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Community hat dich übrigens verpetzt, Thomas. Hier, von wegen, du hast den Michael Myers noch nicht gelevelt. Hä? Wir haben den wirklich gemacht? Wir haben den alle gelevelt. Ja, ja, aber du warst irgendwie schon auf Level 4 oder so, haben sie gesagt. Hä? Dann guck dir mal den Tobi an auf Level 50. Hopp. Hey Tobi, geh mal in den Schrank. Alter. Oh nein! Mann! Papa, du bist nervös. Du bist nervös. Okay, das war dumm. Nein, ich bin auch nervös. Nein, ich bin auch nervös. Entschuldigung. Ah. Ich muss, äh, mein Mikro, das, ich, mir ist das jetzt auch aufgefallen. Ich muss hier echt, äh, mal ein bisschen was machen. Tobi, ernsthaft? Halt hier noch sehr. Tobi, ernsthaft? Was denn? Was war das denn gerade? Hä, wie habt ihr mich gesehen? Was war das denn gerade, Tobi, hä? Ja! Wie dann mit seinem 20 Karben und 3. Kari! Kari, kari, warte! Ah. Hat irgendwann so, so Lupengläser, halt einfach als Brille und ... Tobi, wie geht's dir da drüben? Legst du gut? Tobi chillt. Scheiße, was war das? Die Bote nach links. Aber der Controller war kaputt. Ja, klar war der kaputt. Kontroller auch. Oh mein Gott. Tobi. Tobi, du kleiner Freund. Nein, stopp, lass mich mit dir. Äh, Curry, mach. Curry, legst du gut da hinten? Ich hab grad nur gesprochen, damit man... Tobi, hör mir jetzt zu, man! Ja? Nee, nee, sag ich nicht. Nein, sag ich nicht. Oh nein! Ich wollte eigentlich Tobi heilen. Ich hätte nach unten gehen sollen. Hatten ja uns schon wieder alle. Was mach ich denn jetzt? Oh nein, ich kann mir nicht immer sagen. Ich laufe nackt durchs Feld. Ich laufe nackt durchs Feld. Ich laufe nackt durchs Feld. Weil es mir gefällt. Popo Mais, Popo Mais, was? Ich finde aber... Ja? Ich finde, wenn man einen Medizin-Koffer hat, wie ich es habe, sollte man sich meiner Meinung nach... Am Boden heilen können? Ja. Wie soll ich losgehen, ja? Weil es ist genau deiner Meinung. Ja, das wäre eigentlich cool. Was ist los? Ich starte meine Mofa. Einer von uns... Ich starte meine Mofa, lass mich in Ruhe. Ich muss den Choke ziehen. Zündung geht nicht. Hab ich extra Filter... Ich hab echt gerade Löcher im Filter. Die geht... Äh... Ich dachte hier für ein Entertainment, ey. Ah, geht noch nicht. Hm, was? Oh, warte mal, guck mal, ich zeig dir was. Das ist ja schon fast Anti-Tainment. Ja! Ich zeig dir was richtig krass jetzt. Kann ich, treff dich da eigentlich? Nee. Wow! Alter, geil! Boah, ist der Hammer! Stage Diving. Auf einem neuen Level. Ähm, Curry? Ja. Ist ja ein... Ah, okay, pass auf. Nein, 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 nein. Ich mach nur mal... Ich guck nur mal schnell was. Nein, 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 lass! Ich guck doch nur mal schnell was. Lass damit! Tobi hat gesagt, ich soll dich als Ersten aufhängen. Lass mich hier oben. Ja, das stimmt. Tobi! Ich glaube, es wäre eigentlich ganz gut, wenn du entkommst. Oder sollen wir das machen, dass du versuchst zu entkommen? Oder ist das ehrlich? Ja, ich hab ja eh keine andere Wahl. Ja, weil ich meine... Also wer soll mich retten? Tobi bitte, der da langkriecht wie so eine Schnecke oder was? Nee. Retten kann mich keiner, du musst also. Ich kriege das zu deiner Mutter. Nee, sag mal. Du musst entkommen. Okay, ich gehe. Ich gehe, Kobi. Wenn du entkommst, entkommst du und das ist fair. Ich kann mir nicht entkommen. Ich kann... Ich werde sterben. Du musst dich dreimal drehen. Du weißt doch. Wir kennen dich doch. Hä, dreimal drehen? Und an die Nasenspitze fassen. Ja, dann geht das. Ich glaube, ich verabschiede mich mal für heute. Ab in den Himmel. Ciao! Was? Wuhuuu! Wuhuuu! So schnell? Aber warum? Gibt es eine Möglichkeit für uns jetzt? Oder sind wir am Ende? Tobi, da ist die Haken direkt. Naja, ich... Den retten. Ob ich die... Du weißt schon. Tobi? Nein. Kannst du ruhig aussprechen. Ich bin auch nicht so doof. Den Skywalker. Ich gucke aber, ob ich den Skywalker finde. Ich glaube, die ist noch nicht da wegen... Ahhhh. Obwohl, zwei Generatoren? Äh, die Luke... Doch, doch, doch. Die ist schon da. Die ist schon da, jaja. Luka, Charles. Das Ding jetzt? Ich bin vor dir tot. Pan? Wo bist du? Ich weiß nicht, wo die... Mist, ich finde die Luke auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Also Pan, wenn du in kommst dann, ne? Der Tobi ist ja gleich... Der nippelt ja gleich ab. Ich würde den sonst auch aufhängen, wenn er möchte. Tobi verblutet jetzt. Nippel? Ich will lieber verbluten, glaube ich. Wie am Haken zu stehen. Ey, das ist voll geil, Tobi. Tobi, ja, verblutet. Ohhhh. Hä? Wo seid ihr denn jetzt? Wieso sehe ich euch das denn? Das ist ein bisschen... Hm? Auch Tobi. Ich finde die Musik da voll geil. Dabei... Aber... Wieso steht hier noch kein Generatoren... Oder Luke? Das... Oh. Ich gehe nicht in den Himmel. Ja. Ja, weil ihr noch zu zweit wart, Pan. Hm. Hm. Stimmt. Hey, Tobi. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo die Pan ist. Ich habe euch voll verloren. Das sind ja Probleme, wa? Das tut mir voll leid. Ich habe mir das anders gewünscht. Das sind richtige Probleme. Probinator... Dingelingeling. Pan, suchst du gerade die Luke? Nee. Vielleicht? Hey, warum solltest du das nicht tun? Das ist die Frage. Pan, ich verblüte hier einfach in Ruhe. Ja, genau. Und beobachte dich. Pan, dicker seit 5 Minuten. Ja, ne, so ist es halt, ne? Hm. So ist es. Und das war echt nicht gut. Nein, das war sogar... Kack war echt nicht gut. Wollen wir die rausschneiden? Ich glaube... Ja, nochmal... Nummer 9 auf. Ja, da ist... Ja, da ist... Achso. Ja, ich habe bei der Luke auf dich gewartet. Es kam niemand. Oh Gott, ey. Ach. Was denn? War... Nein, wie? War... 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 Ach, schön. Also das möchte ich gerne wiedergutmachen. Oh, warte. Ja, los, weiter. Warte, meine Maus ist gerade wieder nicht da. So, ist die Maus... Aha. Ja, natürlich. Fuck, Hacks. Hacks. Äh, hallo Maus. Ja. Hi. Such mal gut. Achso, kannst du eigentlich mit uns rausjoinen aus der Lobby? Ja, ja. Dann sind wir wieder... Und er muss... Ich muss in die Lobby, also... Ja, ich habe... Ja, ich habe vorallig gedrückt. Ich muss... Ich schaue euch nach. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war doch eine entspannte Runde, oder? Ja, klar. Also kann man einfach mal sagen... Äh, hier. So. Was ist los? Nein, warte! Nee, komm, ich mache mal was anderes jetzt. Ich mache mal eben was anders. Ich probiere mal was. Tildo im Tobi... Was? Hä? Was denn? Tildo im Tobi. Tildo im Tobi. Tildo im Tobi. Okay, was habe ich denn hier? Ah, okay. Hä? Was macht der? Warum kippt der? Hä? Was denn? Warum kippst du denn? Was machst du? Wer kippt? Was? Wer kippt? Was? Wie? Warte mal, warum tippst du? Hä? Ich tippe gar nicht. Ich schwöre, du hast voll getippt. Hä? Ich tippe überhaupt nicht. Ich habe bestimmt gerade die Konsole geöffnet, die er exklusiv vom Entwickler bekommen hat. Ja, jetzt weiß ich nämlich, was hier mal was hier absteht. Hä? Oh Gott. Ich sitze hier nur. So ein Träckiger. Ich sitze hier. So ein Träckiger. Glaube ich muss noch meine Klamotten wechseln. So. Okay mit... Ja, okay. Nee, nee, ich lass es. Das bringt mir nur Unglück immer, wenn ich mich anders anziehe. Achso, du meinst jetzt gerade die wunderbare Fall. Tobi ist mein Kacke. Achso, real. Scheiße. Deswegen sag ich ja Tobi. Ich hab mich ja grad... Weißt du? Du hattest dich umgezogen, glaub? Nee. Nee, du hast schon recht. Alles gut. Ich hab mich grad vertan. Sorry. Nee, klar. Alles gut. Kein Problem, Tobi. Keep calm. So, mal gucken, ob's funktioniert. Ich hab keine Ahnung. Ähm... Lass uns überraschen. Ich weiß es nicht. Ich will immer... Die Kamera ist jetzt woanders. Ich will immer gucken... Ja, ich mach ja schon bereit. Oh. 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 So darf er nicht mal gucken, hier. Du hast die Überlenkung. Oh Tobi, du bist so richtig eklat. Oh. Ja, was denn? Was hab' dann gemacht? Naja, du brauchst gar nichts ablenken. Oh nein, der ist schon wieder einer, der sich umdreht. Was hattest du denn grad für'n Perk? W-w-w-was war das denn? Hab' ich vergessen. Mit Ö. Guck mal ne Folge. Guck mal ne Folge, dann weißt es. Was hast du jetzt für'n Killer? Hm? Was? Was hast du jetzt für'n Killer? Äh, die Nurse. Äh, äh, die Nurse. Äh, äh, äh. Und wenn du Michael Meier spielst, dann geh'n... Ich glaub'n... Irgendwie glaub' ich hab' das mit deinen Nurse nicht. Was? Warum nicht? Nee, weil du... Ein sehr... Das Problem ist... Michael Meier spielst, geh'n raus. Ich kann mit dem noch eh nicht spielen. Ja, komm. Jetzt... Also jetzt ist es schon vorbei. Hä? Ich zweifle deine Autorität an. Ich kann mit dem wirklich nicht spielen. Ihr wisst das. Ich hab' mit dem schon mal gespielt und es war echt kacke. Ja, deswegen willst du's jetzt... Du willst das jetzt unbedingt probieren. Ich würd' mir selber noch mal ne Chance geben. Ich hab' dich gelesen. Ich weiß, was das für'n Spinnenbein jetzt ist. Habt ihr das auch in den Kommentaren? Ja, du bist... Dann bist du der ultimative... Das ultimative Opfer. Genau. Und es gibt Nachteile und... Das bin ich aber auch so. Äh, äh, äh! Ja, von mir, Tobi! Von mir! Ich hab's gewacht! Ich hab's gewacht! So creepy! Voll der Creep halt! Tobi, du bist mein ultimatives Opfer! Oh nein! Tobi, sorry! Ich krieg' so hart ab. Ich krieg' so hart ab. Ich krieg' so hart ab. Ja, ich lobe dich weg, Tobi! Leid' doch ein bisschen. Ich möchte dich gerne probieren. Probier' mal meinen Arsch! Ja, dein Arsch wird gut schmecken. So. Ja. Tobi, komm! Konzentration! Oh nein, warte mal! Du magst das ja! Ich muss wegrennen! Scheiße! Hm? Ich opfer' mich gleich, damit du mich nicht stalken kannst. Hör auf mich zu stalken! Ja! Hör auf! Opfere dich bitte! Hör auf, du Helikopter! Tobi, bleib' jetzt bei dir, ja! Ich habe ein schönes, langes Gerät, das ich gerne in dich stoßen würde. Was? Es ist aus gefaltenem Stahl. Tobi, darf ich auch mal... Egal. Ich nenne dich jetzt nur noch Herr Heli, ey. Herr Heli? Herr Heli? Wieso denn Heli? Herr Heli! Hä, wieso Heli? Du verstehst nicht, Helikopter? Ach, Helikopter Dick! Ja, genau, 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 das meine ich. Hä, was macht ihr denn immer in den Aufnahme-Breaks? Was? Nein, das meine ich nicht. Er weiß schon, was ich meine. Ja, der weiß schon, was ich meine. Helikopter Dick. Oh, komm! Wie creepy! Bist du doof, wie der das Ding? Herr Carrier. Ich hab mich voll erschrocken. Herr Carrier ist gar hier direkt. Was? Wo, wo, wo? Wie, was, was, was? Herr Carrier ist einfach direkt grad instant vom Generator weggesprungen. Scheiße, nein! Mann, oh! Ich will nicht hier ernst sein. Du bist der beste Killer hier. Du bist der beste Killer hier. Wir reden aber nicht drüber, okay. Der lebe weiß, dass ich den da nicht geübt habe. Okay, warte. Pan, ich will mal kurz was probieren, wenn du da hängst, ja? Nö, nö! Mann! Mann! Ich will nur was probieren, Pan. Das ist kein Problem. Das ist grad voll das Dream Team, Mann. Ja, alles klar, Schlauze! Es geht tatsächlich nicht. Komm! Es geht tatsächlich nicht. Die hängt doch schon. Aber, das hab ich auch schon bei mir in den Kommentaren geschrieben. Ach so, ach so. 50% schreiben dir, das geht. 50% schreiben dir, das geht. Und du bist am Ende halt der Arsch. Die Angst, dass du davon glaubst. Hey! Tobi, lauf! Lauf! Tobi, lauf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, Tobi, lauf! Hallo, Tobi. Oh, ist das? Die Deutsche. Tobi, warte kurz. Riech meinen Fuß. Ich will mich durch deine Knorpel schneiden. Guck mein Po an. Tobi, bleib am Leben, bitte. Alter, ich brauch für die Scheiß-Kamera, nein, nein, nein! Tobi, lauf, 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 lauf! Guck, 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 guck. Boah! Boah! Oh, was, ey! Michael! Alter, verwalten, er feind ja. Was denn? Was ist? Hab ich mich jetzt gerade schon! Boah! Tobi, bitte! Okay, soll ich? Nein, 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 nein? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hör auf damit! Das ist nicht lustig! Hallo? Tobi, wo bist du? Kleiner Tobi, Mann. Tobi? Ach komm. Tobi. Wir müssen das alles positiv sehen, ja? Ich glaube, ich bin los. Meine Nase ist verstopft. Hä, wo ist denn eigentlich mein Medizinkoffer? Ändert sich das immer pro neuer Runde? Muss man das wieder neu anwählen? Was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, ja. Das ist eine Kacke. Ey, wenn ich mich einmal erschrecke, ich schwöre, ich gehe sofort raus. Ich bin der Meitel. Tobi, weiß nicht, der kommt schon rein. Ich gehe noch nicht so füllen. Das ist wie Fluch, Mann. Der kommt rein, der kommt so kackt. Nein, was? Oh Gott. Ich schwöre, ich hatte ein Mini-Lag. Tobi, komm her. Ich hatte ein Mini-Lag. Okay, nein, geh nicht. Schade, das geht nicht. Hör auf, mich als Versuchskanin. Was denn? Aber du liegst da als williges Fleisch. Ich muss doch nehmen, was ich kriegen kann. So suchst du dir deine Freundin dann aus? Ja, klar. Totes Fleisch, das auf dem Boden liegt. Danke. Danke, schüttchen. Danke. Totes Fleisch. Oh, der Panik. Oh, der Panik. Also fühle ich mich immer so unter Druck, wenn ich... Hinter euch! Ich hab ihn gesehen, wie er zum Haft so hat. Ich hab ihn nur, als er vor meinem Paar so geschrien hat. Ja, ich hab... Okay. Totes Fleisch. Tobi, 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 Tobi. Ich hab den Geht wegschrauben. Nein, nein! Ich wollte aus dem Fenster rausspringen. Tobi, warte, 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 warum? Tobi, ernsthaft? Aus dem Fenster? Nein, ich dachte, das Fenster wäre hinter mir. Tobi, bitte. Oh, scheiße. Hör auf, dich zu wehren, Tobi. Der hat mich, jaja, der bringt mich an den Haken. Nein, nein. Oh mein Gott. Du wirst geräuchert. Ich mag geräucherten Tobi. Kauf dir mal lieber neues Mägel. Pan, Mission Tobi, ja? Wir nehmen die Schränke mit und... Meine Lieben! Hör auf! Hör auf zu suchen! Oh Mann! Pan. Ah, lauf, 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 lauf! Curry. Okay, ich muss mich opfern. Nein, Pan, lass es doch! Warum Pan? Warum tust du das denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Pan, ich bin tot jetzt. Du musst... Komm, zauber, Tobi, zauber. Tobi, heil Pan, schnell. Michael, hier bin ich. Michael, hier, guck. Michael. Bist du gerade nackt? Lass ein. Tobi, ist wieder Magier heute. Power, 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 power. Tobi, sei ein Magier. Du kannst zaubern, bitte. Wir haben es alle gesehen, ja? Wo ist er hin? Wingardium Leviosa, und du fliegst einfach in den Ausgang. Okay, ich hab so Herzschmerzen heute. Oh, er weiß schon wieder, wo ich bin. Dann tut er nur so. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Na? Hey, Tobi. Wingardium Leviosa. Hey, Tobi. Ich kann meine Maus super drehen. Geil. Hey, lass den Tobi doch mal zaubern, verdammt nochmal. Hey, Tobi. So, mach das hier. Was ist das denn? Tobi, ist du beleid? Aber der Curry war noch ein bisschen weiter weg. Schade, ich dachte, der Curry hätte... Hey, was macht der Tobi? Ist er bei dir? Ich bin tot. Also, ich liege. Ja, du bist ja nicht tot. Lass doch mal den Tobi in Ruhe. Echt, Micha. Michael Thomas. Lass den Tobi in Ruhe. Mich-cheiii-ja. Micha, lass die Scheiße sein. Was denn, was denn, was denn? Lass die Scheiße sein, Micha. Geht mit mir, Leute. Ja, hier steht der. Curry ist alles Scheiße, Mann. Bei mir, jetzt geht er da weg. Geh einfach. Wie denn? Ich bin die eigene... Nee. We can do it. Wir können es immer noch schaffen. Ich glaube, wir können es immer noch schaffen. We can do it. We can do it. I don't want it again. Ich habe auch das Gefühl, der ist immer überall. Ist er auch? Nein. So ein Pickel am Arsch. Warum seid ihr so böse? Weil du böse bist. Was mit meiner Möse? Bitte was? Tobi hat eine Möse. Ja. Die stopfe ich immer voll mit Klöse. Psch. Psch. Das wollten wir niemandem sagen. Achso. Psch. 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 wenn ich was zu hell rein kommt er denn her es geht nicht an dass ich muss wir müssen jetzt einfach mal irgendwas tun hier kann ja wohl nicht angehen hier das doch doch scheiße was ist denn hier los ich hab die gerade so gut aber es hat nicht geklappt ey 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 nein Och mann ich weiß nicht was los ist ich hab keine Ahnung Ich kann den Malte mal jetzt nicht spielen Ich muss mehr schleichen eigentlich ich muss eigentlich mehr schleichen damit er mich Wenn man sich weniger sieht und hört. Du musst einen Schleicher ab, ja. So einen heißen Schleicher. Oh, die Schlimmste war... Pan ist tot, Pan ist gleich tot! Nein! Boah, Micha, was soll das? Hä, was denn? Such grad den Curry, da musst du irgendwo rumschleichen. Achso, Pan ist tot, oh nein. Der macht Generatoren, so wie sie's gehört. Der Generator neben mir war fast... Äh, Quatsch, der macht doch keine Generatoren, wenn der Tobi hier gleich kapiert. Klar, als ob er mich holen würde. Du weißt doch, wir hassen uns einfach. Alter, ich hör dich, ich seh dich aber nicht. Wo bist du denn, Tobi? Hä? Ich hab jetzt auch mal nur auf die Leertaste gedrückt die ganze Zeit, weil du aussiehst wie der Boden. Ich seh aus wie ein Hoden. Das ist richtig. Das auch. Er hat überall Haken auf dieser scheiß Map, ey. Oh, das hilft das doch nicht, ey. Was soll ich machen, Tobi? Was soll ich machen? Generatoren und abhauen. Ja. Kannst du denn, der camp jetzt eh wieder, so wie er's immer macht. Hä? Und dann sagt der unter dem Deckmännchen, das auch, ich lauf mal hier rum. Hä? Ich wollte irre kommen. Wie die Leute einfach mal beim Channel jetzt sehen können, dass ich überhaupt nicht campe. Ich weiß nicht was ich machen soll. Ja, dann gefahren. Ich bin immer fauber, Tobi. Nicht, nicht auf den Dorfpinkel. Der ist hier grad noch zu Gange. Der ist beschäftigt. Im Haus ist noch ein Generator, der fast fertig war. Ein Generator. Generator? Geil, danke, Karin. Willst du mich verarschen? Ne, ich war so ein schlechtes Abhängungsmanöver simulieren, weißt du. Dass er denkt, oh, er hat ihn gewohnt. Aber... Ach, so eine Scheiße. Kann ja nicht sein, dass der jede Scheißrunde gewinnt, Alter. Ne, das kann doch nicht sein. Hast du dir mal beim Battlefield 1 spielen zugeguckt, Alter? Wieso? Ach komm. Na, wieso? Was denn? Eben wie meine Oma, der Junge, ey. Hä? Aber Battlefield 1 war ich doch gut. Der war aber wirklich überraschend kurz. Ja, das ist... Ja, was lacht da oben? Ich weiß auch nicht, was das war, ey. Ich weiß auch nicht, was das war, ey. Das ist jetzt so ne Säcke. Ihr ist Aliens. Keiner Gött ist dir. Was? Boah, ich hab doch nichts getan. Dein alter Eirang, ey. Curry, wüsst du grade? Ich bin weg. Du bist weg? Ja. Ja. Komisch, seh ich anders. Curry ist ein Zauberer. Kabusch? Was ist mit Busch? Bibbidi-babbidi-bu. Ich bin froh, dass es keinen Timer gibt. Bede bede, nein. Am Ende. Ach egal. Was denn? Ich geh doch alle in den Pillar zu gucken. Das ist voll scheiße, dass man das nicht kann. Ja, stimmt. Das würde ich auch gerne. Aber man könnte natürlich so auch leicht betrügen irgendwie. Ja, das stimmt doch so im Freundemodus. Genau. Das wäre schon ganz cool. Boah, ich bin so paranoid, Mann. Wollen wir da jetzt schleichen, wenn er dich haben will. Und der würde ich mit einem Schlag daumen. Hör, hör dir mal auf damit bitte. Irgendwo steht er an der Ecke. Ja, danke für die Hilfe. Michael. Aber ich würde mich ja nicht zu erkennen geben. Ich muss mich erstmal aufladen. Schwanz. Was? Schwanz? Ich hab echt so einen Ohrwurm davon eben. Schwanz. 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 Ich hab so Angst. Warum müsst ihr immer so... Warum? Tobi, ey. Sag doch, dass ich dich retten soll. Dann wären wir beide gestorben. Einfach. So. Das hätt's besser gemacht, oder wie? Hey, Pam, was ist denn... Warum bist du jetzt so? Ich weiß nicht. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass Thomas das macht. Heißt, kommt jetzt wirklich Thomas? Stand echt in den Kopf. Er hat sich unbindert. Ja, klar. Ist Tobi wirklich am Weißdurchfall gestorben? Das war das Beste. Oh, Eriklein. Oh, Eriklein. Ja, warum lässt du mich allein? Komm doch mal und schau vorbei. Ka zu dem Öri. Ka zu dem Öri. Ich geh zu Meckes und hol mir Meckflöri. Ka zu dem Öri. Ka zu dem Öri. Du bist ja einigster Flüssender Michael Mayer. Scheiße. Wir halten die Spannung aufrecht. Bist MC Mayer sein. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wo der Klevemann ist. Der Klevemann. Der Klevianer. Der Klevianer. Der Klevianer oder Kleverner. Kleviano Vingdosum. Das kommt mir immer so vor, als hätte der Curry irgendwas vor. Ich weiß nicht. Curry, Curry. Da, da. Ja, weil du so ein durchtriebenes Kerlchen bist. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Curry hat gerade einen richtigen Plan. Das sieht man auch voll gerade im Gameplay. Ja, sieht man auf jeden Fall. Ich habe richtig die Ahnung jetzt. Das Puch. Ipan. Oh, was mach ich denn noch denn Arbeiten? Alter, was machst du denn? Hä? Er weiß doch, wo du bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist noch mal schnell genug weggekommen, ey. Pssst. Oh. Ist auf jeden Fall, ey. Oh, ich hab den Herzschlitzel. Heilige Scheiße, ey. Holy shit, du. Holy shit, du. Also man muss echt hier aufpassen, ne. Das ist echt. Das ist echt krass. Das ist. Das ist hart am Limit. Oh Gott. Entschuldigung. Sag mal, willst du mich fahren? Sag mal, willst du mich fahren? Sag mal, willst du mich fahren? Nein. Woher wusstest du denn das? Ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ich hab nur geraten. Ey, du bist doch ein... So... Kleine Drecksau. Kleine Drecksau. Du bist... Du bist ein Arschloch. Ja! 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 Kari, wird los! Kari! 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 Das geht heute Abend raus nach Klebe! Was ist los da drüben, die alten Butterwürden? Kari! Kari! Der verrät seine Position, oder? Ganz ehrlich, Tobi, du darfst nie mehr auf TTT spielen. Du wirst so ablosen. Das Ding ist, ich dachte beim Tobi zuerst, der macht so umgekehrte, umgekehrte Psychologien, weißt du? Ne, soweit denkt der nicht. Hä? Was willst du? Du hast deine Position, du Fahrrad, du Fahrrad! Was hast du noch, Alter, aufgesetzt, Tobi? Du bist doch hier der Schwanz, Alter! Oh, 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 oh Boah, das ist schön. Boah. Ja. Boah, ich muss die ganze Zeit lachen. Ich weiß nicht warum. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Das ist ganz komisch. Ach, der Curry ist doch jetzt der nächste, oder? Oh. Ja, das wird ja lustig werden jetzt. Ich hab Termine. Ja? Ich muss jetzt ganz dringend ins Ausland. Die nächste Folge wird auf jeden Fall, äh, ich glaub eine besondere Folge. Des Hasses. Der Junge ist einfach Hass durchdrehen. Was machen die da jetzt gerade? Im Chat. Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Ich bin schon raus. Oh, da sind wir auch noch alle schnell weggelaufen. Ich bin so schlau und hässlich. Oh, schön war das. Ja komm, hast du gut gemacht. Boah. Mit gelbem Verlachs, krass. Ist schon, äh, sehr krass. Ja, wobei ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die Opfergaben nicht hab ausprobieren können. Tja, das ist ja mal schuld. Nächstes Mal aber. Nächstes Mal machen wir das. Ja. Aber doof hab ich ganz vergessen. Musst mir auf jeden Fall gleich ein Energy Drink holen. Sonst geht das dir grad gleich böse aus. Okay, das kriegen wir schon hin. Äh, Tobi, Kevin, was los? Ich rüste mich grad für die nächste Folge. Man geht's aber auch. Habt ihr noch Punkte zu übergeben, oder was? Ne, ne, ich will grad, man muss ja alles wieder auswählen immer. Ah, okay, ja, 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 okay. Äh, Curry, was los? Wo bist du? Der ist eingeschleppt. Der plant grad seine Rache. Der schreibt sich grade alles auf in sein Tagebuch. Boah, der plant grad voll die Rache. Das glaub ich auch. Curry. Ey Curry, du bist doch nicht nachtragen, oder? Was? Du bist doch nicht nachtragen. Ich hab nix gemacht, ich hab nur in den Schrank geguckt. Ich wusste nicht, dass du da drin bist. Ich bin nicht nachtragend, ne. Okay. Okay, das ist gut. So. Puh. Alter Finne. Ciao. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war, heute war's mir eine Freude. Ich weiß nicht warum, komisch. Heute war's mir ne Freude. Nächste Runde wird's nicht so sein. Ja, tschüss. Komm, hier Curry, das ist deine Babyborn. Du willst gleich mal ne Babyborn, Alter. Du willst doch n Haferflocken haben, Pam. Bisschen Puderzuckel in den Arsch. Maiskolben rein drücken. Boah, ich freu mich auf die nächste Folge. Das wirkt, glaub ich, schön. Tschüss. Okay. Süß oder salzig? Mit Karamell. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.